Musik Susul, hallo und herzlich willkommen ihr Lieben hier zu einer neuen Sim-Folge. Oh, das hängt ja herzlich an hier. Ich möchte diese Folge mal ein bisschen mit euch quatschen. Und zwar, ich blende es hier jetzt auch einfach gerade mal ein. Denn, ähm, bin ich heute auf der offiziellen Sims-Facebook-Seite auf eine Frage gestoßen, die mich spekulieren lässt. Und zwar wurde da gefragt, was denn für uns zu einer richtigen Tiererweiterung gehört. Ich frage mich jetzt, lässt diese Frage in irgendeiner Art und Weise darauf hindeuten, dass eine Tiererweiterung gar nicht mehr so weit in der Ferne ist für Sims 4? Ich denke, ja. Ich denke, sie werden jetzt so ein paar Ideen noch sammeln. Die Standardsachen Hunde, Katzen, klar, sind natürlich garantiert wieder mit da drin. Ich hoffe auch, dass sie keinen Rückschritt machen und die Pferde rausnehmen. Das wäre sehr, sehr schade. Ähm, mich würde einfach mal interessieren, was sagt ihr denn dazu? Puh. Seht ihr das auch so, dass diese Frage tatsächlich darauf hindeuten könnte, dass das Tier-Add-On schon eines der nächsten Add-Ons sein könnte? Vielleicht nicht unbedingt das nächste, aber eines der nächsten. Ich finde, es ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Warum ist eigentlich Max noch so energiegeladen um 20 Uhr? Fast 20 Uhr. Hm. Also es würde mich jetzt echt mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Jetzt waren ja auch schon so Sachen wie Wellness und sowas kam ja auch schon mal eine Umfrage. Weiß man nicht, was da vielleicht auch mal noch kommen könnte. Mal schauen. Vielleicht war das aber auch nur eine Frage bezüglich an die Arbeit. Vielleicht wollten sie testen, ob es vielleicht Sinn macht, auch so eine Art Kosmetik-Salon zu integrieren. Und, ähm, ich, wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auf eine Tiererweiterung in gar nicht allzu weit der Ferne hindeutet. Und, ähm, ich dachte, ich erzähle euch mal so ein bisschen, was für mich zu einer Tiererweiterung in Sims gehört. Ganz klar natürlich, Hunde, Katzen und seit Sims 3 sehen wir ja auch, dass Pferde möglich sind. Also gehören die Pferde jetzt für mich auch fest dazu. Natürlich auch wieder die Zucht. Die, äh, verschiedenen Möglichkeiten, seine Tiere zu trainieren und auszubilden. Und an dieser Stelle könnte ich mir zum Beispiel auch einen neuen Beruf ganz gut vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann auch die Karriere des Tiertrainers möglich wäre. Auch mit Begleiten, wo man dann selber das Tier trainieren muss, wäre meiner Meinung nach denkbar. Ähm, ja, wie gesagt, Züchten gehört für mich ganz klar dazu. Und mit an die Arbeit auch die Möglichkeit, per Shop eine Tierzucht zu eröffnen, eben wo man auch die Sachen, die Sachen, die Tiere, Entschuldigung, Sachen, also echt Kaddi. Wo man dann auch die Tiere verkaufen kann und auch wieder verschiedene Fellfarben und sowas mischen kann. Ebenfalls wieder schön wäre ein System, ähm, wieder mit den Layern, dass man ganz eigene Fellfarben kreieren kann. Wie bei Sims 3 fand ich da super. Was ich mir wünschen würde, im Vergleich zu Sims 3 wäre, ähm, dass man hier jetzt einfach, dass man nicht wählt, ich möchte einen kleinen Hund, ich möchte einen großen Hund. Und, äh, dass man auch ohne den Slider Ponys erstellen kann. Einfach indem man die Beine packt und dann die Beine einfach länger oder kürzer zieht. Genauso auch mit dem Körper an sich, dass ich auch den Körper länger oder kürzer ziehen kann. Dass ich zum Beispiel die Beine ganz kurz mache, den Körper ganz lang habe und dann habe ich auf einmal einen Dackel. Das wäre doch richtig, richtig cool, wenn das so möglich wäre. Würde mich persönlich richtig, richtig freuen. Ähm, außerdem fände ich es sehr cool, wenn es eben nicht nur diese drei Rassen gäbe, diese drei Tierarten. Ich fände es auch cool, Hamster, Meerschweinchen gab es ja auch schon. Ähm, wenn es vielleicht dann auch mal Kaninchen geben würde. Dass man zum Beispiel draußen irgendwie so einen speziellen Zaun bekommt, so ein Hühnerzaun. Das ist ja kein richtiger Maschendrahtzaun. Diese engmaschigen Teile halt. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ähm, und dass man damit dann die Möglichkeit hat, ein Gehege quasi zu markieren. Und dass man da dann auch die Hasen reinsetzt. Bei Sims 3 gab es ja auch schon einen Kuhstall und einen Hühnerstall, aber das war ja mehr ein Objekt. Und die Hühner und die Kühe haben eben das gemacht, was ihnen einprogrammiert wurde. Sie standen da rum, konnten sich nicht frei bewegen und nichts. Und, ähm, das fände ich auch cool. Stellt euch das jetzt mal vor, wir hätten hier jetzt so ein Kaninchengehege noch. Mit so einem kleinen Stall und die könnten hier rumhoppeln und wir müssten die füttern. Und, aber selbst als Objekt wäre ein Kaninchenstall schon auch sehr, sehr cool. Würde mir persönlich auf jeden Fall sehr gut gefallen. Außerdem würde ich mich über verschiedene Wettbewerbe freuen. Ich würde mich zum Beispiel darüber freuen, über Schönheitswettbewerbe für die Tiere. Bei den Pferden zum Beispiel auch wenigstens in Dressur und Springen unterteilt. In Sims 3 gab es ja nur Springen. Ähm, dann würde ich mich auch freuen, wenn es Gehorsamkeitstests geben würde für Hunde. Oder zum Beispiel auch ebenfalls für die Hunde. Agility, das wäre doch auch sehr, sehr cool, wenn das möglich wäre. Und man da dann auch antreten kann und seinen Hund trainieren könnte. Wäre auch, finde ich, richtig, richtig cool. Würde mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ich sehe schon, wir machen diese Folge hier gar nichts mit den Sims. Das wird, das artet hier aus in eine reine Spekulation, so eine Tratschrunde. Aber ich finde, bei so einem interessanten Thema kann man das auch ruhig mal machen. Weil ich meine, die Tiererweiterung dürfte ja nur wirklich die Erweiterung sein, die uns alle brennend heiß interessiert. Für mich ist es die wichtigste Erweiterung zusammen mit Jahreszeiten und Wetter. Das sind für mich die beiden Erweiterungen, die ich auf gar, gar, gar keinen Fall mehr missen möchte. Und das war auch damals beim Sprung von Sims 2 auf Sims 3, waren das auch die Erweiterungen, die mir am aller, aller, allermeisten gefehlt haben. Also von daher, und ja, ich glaube, dass bei Sims 3 die Tiere, die kamen doch sogar auch relativ voll. Ich kann mich gar nicht mehr richtig an die Reihenfolge erinnern, wie es damals war. Vielleicht könnt ihr mir da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und ich würde mich auch extrem freuen, tierisch freuen, haha, oh Gott. Die Nacht der flachen Witze mit Kaddi. Nee, ich würde mich auch echt richtig darüber freuen, wenn ihr mir mal so ein bisschen schreiben würdet, was ihr jetzt zu meinen Einfällen sagt, was ihr euch wünschen würdet für eine Tiererweiterung. Einfach auch mal so ein bisschen auf die Frage von der Sims-Seite eingeht. Was gehört denn für euch zu einer richtigen Tiererweiterung? Ich bin da gespannt wie ein Flitzebogen, was da von euch alles bei rumkommt. Weil ich bin mir sehr sicher, dass da doch jeder seine ganz eigenen Ideen und Erwartungen an so einen Addon hätte. Und mir fällt gerade mal auf, dass ich Max viel zu früh ins Bad geschickt habe. Ja, also das ist doch echt mal hier eine interessante Sache, finde ich. Und mich würde auch interessieren, was ihr dazu sagt, ob ihr von dieser Frage auf der offiziellen Sims-Facebook-Seite auch darauf schließen würdet, dass die Tiererweiterung vielleicht gar nicht so weit weg ist. Oder dass ihr einfach nur sagt, boah Gott, macht euch jetzt mal nicht die Pferde scheu. Ich bleibe hier echt bei den Tiersachen. Macht euch jetzt mal nicht die Pferde scheu, das ist eine ganz normale, einfache Frage. Das deutet auf gar nichts hin, bildet ihr nichts ein. Kann ja auch sein. Dass ihr das komplett anders seht und gelassen seht und ihr sagt, nee, warum sollte das denn da darauf hindeuten? Das kann doch alles heißen. Kann ja auch sein. Kann alles, alles sein. Ja, natürlich würde ich mich dann auch wieder über Läden mit Tierzubehör freuen. Ich würde mich wünschen, äh, ich würde mich wünschen, ich würde mich freuen, wenn man dann auch wieder so ein bisschen wie bei Sims 1 so Stände hat, wo man Halsbänder kaufen kann, leihen. Und ich fände es persönlich auch sehr cool, wenn man seinen Hunden mal Geschirre anziehen könnte. Wir haben ja zum Beispiel für Hanni und Nanni, die führen wir ja immer am Geschirr. Ganz einfach, weil wenn sie dann doch mal ziehen, muss es einfach nicht sein, dass es auf den Kehlkopf drückt. Deswegen haben wir uns für Geschirre entschieden. Und bei Sims 1 gab, äh, nicht Sims 1, bei Sims gab es ja bislang immer nur Halsbänder. Ja, von daher fände ich das vielleicht auch mal ganz schön, es wäre mal was anderes. So, aufräumen bitte. Also es wäre wirklich, es wäre wirklich cool, oder so als Tierpfleger zu arbeiten, vielleicht ein Tierheim, ein Zoo zu integrieren. Das haben auch viele auf der Sims-Seite schon geschrieben. Das ist, glaube ich, relativ schwer zu machen, muss ich sagen. Da sind dann auch wieder viele Tierarten drin, die dann quasi nur Animationen haben könnten, wo man dann, was heißt ich, schmeißt dem Affen eine Banane hin. Was will man da als Sim großartig machen? Was will man da als Spieler mit seinem Sim machen? Ist schwierig, ist schwierig. Also im Zoo glaube ich eher nicht. Ja, sehr gut. Chips zum Frühstück. Nom, 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 nom. Chips zum Frühstück. Okay, Max, du bist komisch. Hufeisen werfen. Hufeisen ist auch wieder ein gutes Thema. Ne, also wie gesagt, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Sache haltet. Das würde mich richtig, richtig brennend interessieren. Und ja, hier wird es jetzt langsam morgen in Willow Creek. Willow Creek war es, genau. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach mal morgen wieder. Ich bin ultra gespannt auf eure ganzen Kommentare, Ideen und Meinungen dazu. Und ja, morgen ist Samstag, das heißt, morgen gibt es noch wieder eine Doppelfolge. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.